Herzlich willkommen wiederum in meinem Dachstudio. Es ist trübe geworden, es ist November geworden. Die Tage sind kürzer, das Wetter ist schlechter, die Sonne verkriecht sich. Und dazu diese Pandemie, die in Europa und in der ganzen Welt wütet und die Menschen ängstet. Ich werde in diesem Monat November etwas ernstere Lieder singen als sonst, aber den Anfang soll ein schöner Kanon machen. Und zwar Ich schenke dir eine kleine Melodie. Der Text Ich schenke dir eine kleine Melodie als Zeichen meiner großen Sympathie. Wenn du sie singst, erlebst du wie noch nie das seltene Gefühl vollkommener Harmonie. Dich kann nichts mehr aus der Ruhe bringen, zumal wenn andere auch noch mit dir singen. Diese kleine Melodie hat so viel Kraft, sie ist schlicht und einfach zauberhaft. Und die Melodie geht so. Ich schenke dir eine kleine Melodie als Zeichen meiner großen Sympathie. Wenn du sie singst, erlebst du wie noch nie das seltene Gefühl vollkommener Harmonie. Dich kann nichts mehr aus der Ruhe bringen, zumal wenn andere auch noch mit dir singen. Diese kleine Melodie hat so viel Kraft, sie ist schlicht und einfach zauberhaft. Noch einmal, ich schenke dir eine kleine Melodie als Zeichen meiner großen Sympathie. Wenn du sie singst, erlebst du wie noch nie das seltene Gefühl vollkommener Harmonie. Dich kann nichts mehr aus der Ruhe bringen, zumal wenn andere auch noch mit dir singen. Diese kleine Melodie hat so viel Kraft, sie ist schlicht und einfach zauberhaft. Und jetzt mit der Konserve. Ich schenke dir eine kleine Melodie als Zeichen meiner großen Sympathie. Wenn du sie singst, erlebst du wie noch nie das seltene Gefühl vollkommener Harmonie. Ich schenke dir eine kleine Melodie als Zeichen meiner großen Sympathie. Wenn du sie singst, erlebst du wie noch nie das seltene Gefühl vollkommener Harmonie. Ich schenke dir eine kleine Melodie als Zeichen meiner großen Sympathie. Wenn du sie singst, erlebst du wie noch nie das seltene Gefühl vollkommener Harmonie. Wenn du sie singst, erlebst du wie noch nie das seltene Gefühl vollkommener Harmonie. Ich schenke dir eine kleine Melodie als Zeichen meiner großen Sympathie. Wenn du sie singst, erlebst du wie noch nie das seltene Gefühl vollkommener Harmonie. Und damit grüße ich alle in den Altenheimen, alle, die gerne Kanons singen. Ich wünsche allen, dass sie gut durch diese Zeit kommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.